Liebe Leser, liebe YouTuber, mein Name ist Dirk Seufert, ich bin Mitglied in der Konföderation des Lichtes seit über 30 Jahren und es wurde jetzt mehrfach die Frage gestellt, was mit der aktuellen Situation in der Ukraine und Russland und so weiter vor sich geht, beziehungsweise wie weit wird es gehen. Und ich habe Folgendes mitzuteilen. Es gibt für alles einen Plan. Dieser Plan sieht in allererster Linie vor, dass es wichtig ist, unser Bewusstsein anzuheben. Leider lernt der Mensch oft nur, wenn er Schmerz und Leid erfährt. In diesem besagten Fall geht es darum, gemeinsam als Team zusammenzuhalten, sich für den Frieden einzusetzen, zu beten und sich daran zu erinnern, wer wir sind. Wir sind göttliche Wesen, die den Auftrag haben, glücklich zu sein. Wenn wir alle gemeinsam unsere Energie und Aufmerksamkeit auf den Frieden und das Positive in unserem Leben richten, wird das sogenannte Globalbewusstsein dafür sorgen, hier ein baldiges, friedliches Ende zu finden. Wir von der Föderation sind zu jeder Zeit bereit, Schlimmeres zu verhindern. Wir greifen da ein, wo es gegen den göttlichen Plan geht. Aber es ist für alle von uns wichtiger, dass wir es alleine, ohne die Hilfe von außen schaffen. Das hebt und stärkt unser Bewusstsein. In diesem Sinne, lasst es uns anpacken. Alles Liebe, Dirk. Dirk.